Ich muss den beiden auf jeden Fall kranke Props dafür da lassen, dass die auf jeden Fall so reingrinden, Malaka. Die sind durchgehend am Produzieren, streamen momentan sehr viel, machen Videos, Alter, ich finde das crazy, dass die so einen Hustle haben. Respect that, respect that. Hallo Hilvi, eine Reaktion auf unser Video kostet ab sofort 10.000 Euro. Scheiße, dann bin ich wohl raus. Huch, ich werde es nicht zahlen. Wenn ihr auch zahlt, ist es... Dann schlachte ich dich aus wie ein Schwein. Dann schlachte mich aus wie ein Schwein, lass uns treffen, wir kämpfen. Wenn wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram... Hast du gehört, du blond Schopf, du bist hässlich. Das hast du mir schon anders gesagt. Hallo Hilvi, nicht meine kleine Freundin hat dich. Komm denn, was habe ich euch denn getan? Ich unterstütze euch doch mit diesen Videos, das kommt euch doch zugute, Mann, bitte. Na gut, ich fahre mir Views und... Oh, ihr habt schon recht. Ich dachte, du bist so ein Kind. Klasse, beziehungsweise Gisela hat ja wieder ein Problem scheinbar mit mir gehabt, Leute. Gucken wir mal ganz kurz, was hier los ist. Auf dem Thumbnail bin natürlich wieder ganz stark ich drauf. Hier, das sieht man hier an der Stelle. Ja, hier bin einmal ich drauf als Frau geschminkt. Scheinbar werde ich gerade hier durchgehend von Gisela fertig gemacht und gefrontet. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein Kochduell machen, meine Freunde. Und manche haben so viele Sachen zerstört, dass sie jetzt auf der Straße wohnen. War nur ein Renault, das ist nicht so schlimm. Ey, es hat aufhört mich zu fronten, dass ich dieses scheiß Auto im Urlaub kaputt gemacht habe. Warum hasst Gisela mich so? Warum? Ich habe diesen scheiß Mietwagen kaputt gefahren. Ja, ich gebe es zu. Warum werde ich so gefrontet? Nur weil ich zwei-, dreimal gegen eine Mauer mit diesem Mietwagen gefahren bin. Mann, warum? Gisela, lass uns morgen Frieden schließen, bitte. Stimmt, Bro, du musst nochmal zum Friseur. Ich habe es dir gesagt. Wir müssen nochmal dringend mit dir zum Friseur. Hey Siri, schicke eine Nachricht an Revi. Dummes Arschkind. Hä? Deine Nachricht an Revi sind... Nein, du... Mann! Ich habe die Nachricht sogar hier. Ich habe sie sogar hier. Hier, da ist sie. Dummes Arschkind steht da. Dummes Arschkind. Hier. Ach, scheiße, ich kann es euch nicht zeigen, sonst leag ich hier seine Nummer. Na, ist egal, ich... Das steht da. Du kannst ja nicht Sebastian so was schicken. Gisela hat gerade einfach Revi eine Nachricht geschickt und hat geschrieben, du dummes Arschkind. Revi? Was, Revi? Blödpunkt. Mann, Gisela, Digga. Revi ist Blödpunkt. Ja, kann ich noch mit leben. Ist in Ordnung, Digga, ist in Ordnung. Ich bin nicht hops genommen worden, das ist noch okay. Passt, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dankeschön. Und ich denke an ihre Spalte. Ah, ist die Jause. Ah, ist die Jause. Es kann nicht Besseres geben. Scheiße, Alter, nein. Oh Mann, nein. Alter, nein. Du Armer. Och, Gisela, es tut mir so leid. Hä? Du bist unschuldig, aber du denkst, du bist schuldig, du Arsch. Bup. Ah, Gerichtssendung, okay. Ich glaub das nicht. Ah, scheiße, okay. Hier bin ich gerade quasi am reacten. Okay, ich bin gespannt. Der zieht sich gerade das react rein, Jungs. Ist an der Stelle. Jan, kurz auf dein Auge. Lass dir dein Frühstück schmecken, Bro. Ich bin nicht beleidigt worden. Ja, Gisela ist tatsächlich geisteskrank. Also, weil Tourette ist ja eine Geisteskrankheit, das war die nicht beste Formulierung von mir an der Stelle. Mit dir koche ich nichts, du blöde Affe. Das stimmt nicht. Du hast zu mir gesagt, dass wir kochen am Karneval und das hat Jan gesagt und nicht Gisela und wir werden es machen in der neuen Wohnung. Du versaust dich, du bist alle schuld. Es ist auf Kamera. Ja, es ist auch auf Kamera. Es ist schuld. Man sieht auf Kamera, wie du es schuld bist. Remy, ist er schuld? Nein. Ja, er ist schuld. Er ist schuld. Er ist definitiv schuld. Remy, ich bin es nicht schuld. Doch, bist du. Wir haben es alle gesehen. Deine Katzenordnen sind hässlich. Was soll die Scheiße, Mann? Warum, Gisela? Warum schon wieder, Mann? Hässlich, hässlich. Nein, nicht schon noch mehr. Ich habe schon so viel. Ich habe schon die... Scheiße, Mann. Gisela, jedes verdammte Mal. Jedes verdammte Mal. Hallo, Lukas. Der Revy hat sich noch mehr als... Ey. Was? Nein. Ey, 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 ey. Stopp, stopp, stopp. Gisela, nein. Hey. Gisela, wir hatten ein Deal. Tierliste. Platz 3. Hassen. Revy. Platz 2. Hassen. Lukas. Platz 1. Tim. Gisela, so und nicht anders. Scheiße, Mann. Und mich hast du mehr als Revy, oder was? Hm, du bist eh nur ein Untermensch. Genau. Das Wort jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall auf Platz 1. Hahahaha.